Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Noob2Commander und wir steigen doch jetzt auch gleich mal ein, nehmen einfach mal spontan die Scorpion Evo, schön auf Nuketown und mal wieder im Hardcore-Modus. Ich muss persönlich sagen, der liegt mir irgendwie ein bisschen mehr, Moment, warte mal, war das einer? Ich war gar nicht völlig verwirrt. Warte mal, das war doch einer von den Gegnern, na klar war das einer, gibt's doch gar nicht. Was macht der denn, wie kann der hier die ganze Zeit so unbehelligt rumchillen? Wow, und hier geht's ziemlich ab. Warte mal, ich werde hier mal hinten wieder rumgehen. Das war ja, ich war ein bisschen, ich war einfach nur verwirrt. Wow, 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 geht's aber auch schon wieder ab, die Waldfee. Und hier liegen sie auch überall rum. Völlig korrupt. So, schauen wir einfach mal hier längs. Hallo? Okay, der ist tot. Und er ist auch tot. Top. Und er ist auch noch irgendwie gestorben, haben wir aber auch gedreht. Top. Jo, eine Drohne zum Mitnehmen. Schnell wieder hier rein. Gotcha. Oh, das hat sogar geklappt. Top. Wow, 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 wow. So, warte mal, die Drohne, stimmt. Moment. Die müssen wir hier irgendwo starten. Im Haus wäre das wahrscheinlich semi-optimal. Den haben wir auch noch gekillt. Oh, eine Hellstorm-Rakete, die hatte ich ja noch nie. Warte mal. Was machen wir jetzt? Achso, ich habe geschossen. Okay, Moment, die trifft der. Wow, das war nice. Und ganz ehrlich, den ganzen Tag vibriert mein Handy nicht. Und dann fange ich an, mal eine Runde aufzunehmen. Das gibt es nicht. Achso, okay, ein Kollege hat geschrieben, dass er erfolgreich im Urlaub angekommen ist. Das freut mich natürlich ungemein. Der ist für eine Woche mit seiner Freundin nach Mallorca geflogen. Finde ich persönlich als Reiseziel jetzt nicht unbedingt so nice. Aber er ist da auch nicht zum irgendwie Ballermann-Urlaub, sondern so ein bisschen die Insel noch mal erkunden. Irgendwie sowas. Warte mal, hier ist doch... Moment. Nein! Oh, und da liegt da wieder eine auf dem Boden. Er ist ja völlig korrupt. So, und ich denke mal, heute werden wir auch mehr als nur eine Runde spielen. Das habe ich mir irgendwie fest vorgenommen. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Ups, ne? Das war verdammt knapp. Und hier oben haben wir doch auch schon jemanden, der sich ein paar Kugeln in den Rücken abholen darf. Oh, da läuft doch schon wieder jemand. Nein, 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 nein. Hey, oh Gott, wir sind... Nein! Und da hat leider so eine Magazinerweiterung für die Evo Ben Ice. Denn die rattert die Kugeln da ja durch, wie nichts Gutes. Schauen wir mal hier raus. Nein! What? Ach, da hinten war noch einer. Ist aber auch immer ein ziemlicher Suizid teilweise, wenn man hier längs läuft. So völlig... Nein! Und jedes Mal, wenn ich sterbe, sage ich nein. Das ist... Angewohnheit, Leute. Einfach nur eine Angewohnheit. Die ich wahrscheinlich... Oh, sch... Nicht mehr loswerden. Äh, nicht mehr loswerde. Top. Und der weiß jetzt natürlich, dass ich hier schon längs gehe. Warte, wir laufen mal schnell wieder hier rum. Keiner von uns. Top. Okay, jetzt dreht sich der Spawn wieder und ich werde von irgendwo beschossen und ich habe es einfach nicht gerallt von wo. Top. Hunter Killer Drohne. Warte mal, die zünden wir jetzt mal. Schnell, 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 schnell. Nein! Und da ist schon wieder ein... Das gibt's recht. Immer hängen sie da. So ein... Okay, das Ziel ist zum... Zumindest fast erfüllt. Das ist doch sehr, sehr erfreulich. Und in der Zeit werden wir wahrscheinlich noch... Neu mal drauf gehen. Doch nicht. Na, lauf, 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 lauf. Ist, äh, gar nicht so schlecht. Wie Port Cheta. Ich bin ja eigentlich kein... Kein Grammar-Nazi. Also ein Grammatik-Nazi. Aber... Na gut, vielleicht hat er einfach, äh... Das A vergessen. Ja, und da geht die schöne Stadt in die Luft. Nuketown ist doch an die Stadt angelegt, wo sie diese Tests gemacht haben, oder nicht? Was auch noch ein cooles Endzeit-Szenario-Spiel war... Ähm... Fallout New Vegas. Das war auch ziemlich nice. Oder auch einfach Fallout 3. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt haben. Ich bin einfach persönlich mal für Slums. Denn Nuketown hatten wir eben schon. So, und, äh, wir suchen hier noch eifrig ganz, ganz viele Mitspieler. Das hier ist natürlich nervig. Denn, ähm... Hatte ich beim letzten Video schon gesagt, umso länger das Ganze geht, umso größer ist die Datei. Und, äh, umso mehr müsst ihr jetzt hier auch... Sinnlose warten. Denn ihr wollt ja ein bisschen... Ein bisschen Gameplay sehen und nicht wie ich hier auf irgendeinem... Was ist denn da los? Jetzt bin ich hier völlig alleine. Wow. Okay, jetzt ging's fix. Und wir spielen schon wieder Nuketown. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir... Das Ganze fortführen können, denn... 28, 10... Äh, würde ich sagen, ist für meine Verhältnisse echt nicht schlecht. Und da nehmen wir doch einfach mal glatt wieder die Evo. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht nochmal so gut läuft. Aber gut. Eigentlich sollten wir ja positiv denken. Wo, 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 wo. Okay, ich dachte, eigentlich da wäre noch unser Kollege. Aber gut, schauen wir trotzdem nochmal hier längs. Ah, da ist's doch. Okay, wir haben mit 0, 2... Fangen wir jetzt an. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt die Wende. Warte mal, wir gehen nicht wieder hier längs. Da sind wir die beiden Male einfach nur mega draufgegangen. Stattdessen gehen wir ganz sneaky hier so längs. Denn, 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 denn... Wow, was war das denn? Bist du bei mir? Oh, shit! Du bist bei mir. Oh, God. Aber ihr beide nicht. Top. Das war auch nicht schlecht. Nein! Und an dem sind wir dann letztlich gescheitert. Ja, schießen wir doch einfach mal hier. Obwohl wir hätten da hinten schießen sollen. Mist, die, die lieber. Okay. Ach so, danach kann man auch aimen. Okay, das wusste ich jetzt nicht so unbedingt. So, wir haben jetzt alles aktiviert, was wir hatten. Oh, oh, nein, nicht da längs. Warte mal, hier links war das ganz gut, oder? Nicht, da sind wir doch... Nicht, sofort drauf gegangen. So, okay, los geht's, hulou! Okay, rein hier! Nein, ah, da sind wir... Eigentlich dachte ich, der wär drauf gewesen. Wo? Schnell wieder zurück. So, Leute, los geht's. Hier seid die Vorhut. Wo, 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 wo. Was fliegen denn hier überall die ganze Zeit Granaten? Nein, tötet mich nicht, tötet mich nicht. wir haben wieder eine drohne der weiß doch 100 pro dass wir hier drin sind aber das jetzt ganz ganz bitter lieber hier längst okay der hat jemand mega mäßig aufgeräumt drin ist halligalli jetzt hat sich das ganze wahrscheinlich wieder nein habe ich wieder immer ich habe nur angeschossen das ist immer echt kacke weil dann dann ist einfach wie uns beide auf einmal getötet wie ein reflex und dann zack hat man da zwei kugeln was kriegt denn hier die ganze zeit schaden 17 7 das ist immer noch im bereich des fricken offensivisten ist nein wir müssen nachladen das nachladen wer sieht uns das war aber auch bescheuert wir waren der letzte kill so 17 19 72 runden haben wir vor dir gespielt ich denke alles andere würde den bogen jetzt überspannen vor allem bin wir wahrscheinlich noch mal new town spielen oder so also da da sieht man noch mal wie ich zugrunde gehen hat uns alle noch mal mies umgenutzt nur gut ja wie gesagt das war's für heute haut rein und bis zum nächsten mal